Oh! Ich werde jetzt keine Zeichen haben, weil es schon so ist! Ich werde aufstehen! Soll ich vielleicht noch deine Böschel bügeln? Und wer bügelt deine? Schhhh! Was willst du denn dazu sagen? Janisch kannst du sagen! Ach, Glück! Nicole! Ach, jedes Wochenende dasselbe! Immer eine andere Arbeit! Und deine Familie ist der Schnurz! Du hast versprochen, wir gehen in Tierpark! Ach, seit stille Papa hat keine Zeit! Hast du versprochen, in Tierpark! Ja! Nie hast du Zeit für uns! Ja, wieder und wieder, du sagst schon! Sogar einen kleinen Wasserfall könnte sich leisten! Weißt du noch, August, die große Wassersnot? Im Jahre 1760? Lass uns das nasse Element herbeirufen! Ja! Ja! Ja, Junge! Ja! Ja! Das ist ein Teppich einer Schweinerei! Ja! 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 Ja, ja! Bitte, ich freue mich! Ein Teppich einer Schweinerei! Wer ist denn das? Den kenne ich doch. Den kennt doch die halbe Republik. Felix Funk. Auf dem Bildschirm nennt er sich Micky. Was ist denn mit Ihnen los? Es hat geblitzt. Gleich wird es donnern. Könnt ihr nicht voran spielen? Geht doch nicht voran zu den Kindern. Geht mal weg. Das Wasser ist wieder da. Prost. Wenn du noch mal Plätze brauchst im Ganymed, nur nach Erwin fragen. Finde ich prima, dass man sich mal so kennenlernt. Na klar, ich bin Autoschlosser. Was? Wenn ihr mal so hin habt mit euren Schlütten. Danke. Was bist denn du, Kumpel? Na? Die Kunst der Ägypter. Ich bin Professor. Das Zeichen. Wenn, wenn der Herr Kommissarius die Güte hätten, was denn, was denn... Ja. Na, für die erste gute Tat. Die erste gute Tat haben wir verbracht. Nun, nun sei ihm nur noch sechs. Ja. Und sprung keiner in die Suppe. Und sprung keiner in das Bier. Denn wir sind die Juppe aus dem Hochhaus dummer Bier. 22.33 Uhr. Und immer noch blau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017